so leute jetzt testen wir mal von pyrilland die ganzen single shots hier oben dreifach sortiert jeweils zweimal schließen wir die single belts einmal in der variante checker cracker dann brokert oder brokert und dann coco glitter und dann gibt es noch mal die bks one one shot lassen wir uns mal schmecken das war aber ein cracking pilz das ist die brokert variante auch gut macht schon spaß gleich den zweiten hinterher das sah schon wieder besser aus aber die standzeit das ist nicht ganz so wie ich das erwartet habe so jetzt die bks one finde den aufstieg geil schön mit dieser sonne bzw wirbel ja erinnert mich ein bisschen an die vortex vom funkel ja aber der zerleger ist noch lange nicht so heftig wie der gerade sehr geil ich finde die nice breslauer blendfeuer in der variante weiß ja die hatte ich vorhin abgezündet naja die hatte ich vorhin abgezündet what the fuck alter what the fuck da blendet wirklich ab da blendet wirklich ab kann man jeden erkennen geil ja das habe ich vorhin auch gemerkt krasser shit die sind schon geil ja das betrekord columns 임 circlone gra Sorano DS graf 0 0 0 0 0 ok 0 0 0 0 0 0 Vielen Dank.